Willkommen zu einem Zwischenprojekt. Ich werde die Shooter Parodie Duty Calls spielen. Es wird blind sein, ich habe sie mir gerade erst runtergeladen. Ich habe zwar schon vor längerem von dieser Parodie gehört, aber ich lasse mich überraschen. Ich weiß wirklich nichts davon. Deswegen, ja, es leckt ein bisschen. Egal, this is a parody, it's not a series of actualization in all the Call of Duty games. Na ja. Jo, Steuerung. War. War never changes. Or does it? The war has changed. Did it? The answer is no. Unless it is yes. No, of course it is. It's war. Yes. No. Yes? Fängt ja schon gut an. Der Kerl ist sich nicht sicher, ob der Krieg irgendwas geändert hat. Blablabla. 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 Nuklear Missileball. Blablabla. Counting on you. Utmost importance. Win. Good luck. Ja, die haben uns gerade gesagt. Blablabla. Äh, wir zählen auf dich. Blablabla. Du bist unsere Hoffnung. Blablabla. Viel Glück. Blablabla. Naja, ich bin mal gespannt. Grafisch. Super. Ja. Dafür, dass es frei runterladbar ist. Ich packe den Link übrigens in der Beschreibung. Way. Da unten ist unser Ziel. I am an enemy. Was ist das denn? Was ist das? Das ist ja immer geil. Anscheinend auch unendlich. Ich krieg mich nie ein. Das ist ja immer geil. Ach man, das ist ja echt mal geil. I am also an enemy. Ich krieg mich nie ein. Das ist gut. Boring. Ah, das ist geil. Press G to pick up. Jetzt habe ich den Stock aufgehoben, oder wie? Kann man das auch wechseln, oder wie? Ja, egal. Checkpoint. Hey Fox Club Niner. I'm gonna point at you and say something serious to further develop the game's storyline. Oh, man. Oh, man. Oh, mein Vater. Increasing the drama of the story. Ah, ah, ah. Ah, you cannot stop me unless the game goes into slow motion for some reason and I become easy to shoot. Das ist ja immer geil. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Geil. Weiter. I am yet another and a... Boring. Boring. Goring. Boring. Boring. Rankoff. Master Sergeant. Shooter Sergeant. Important Person of Sergeant Extreme. Ich bin auch ein Enem. Böre. Böre. Ich bin ein Paratrooper, weil das ist ein reales Leben-Szenario. Du kannst mich nicht schreien, weil es ist eine Kutsche, um das Spiel zu machen, wie ein Film. Hahahaha Man kann leider nicht hier zugehen, egal. Kann man die nicht irgendwie nehmen? Reload, Kontext, Jump, nö, kann man nicht. Schade. Ich dachte man könnte sich diesen Stock oder so jetzt nehmen. Egal, weiter. Ich habe eine Gravelle-Voiß, mit einem großen, vollen Akzent. Ich habe ein Eyepatch, und ich bin ein schönes Zutat. Das bedeutet, dass ich der Schmerz von Bad Guy bin. Ich habe die Nukleer Missile Bombe. Ich werde nie die Nukleer Missile Bombe geben. Ich werde die Nukleer Missile Bombe geben. Die Nukleer Missile Bombe geben zu uns, der Schmerz, der Schmerz. Und dann, deine Hand auf. Okay. Hahahaha, ich krieg mich nicht ein. Das ist ja mal geil. Ich bin der Boss der bösen Männer. Ich werde mich niemals ergeben und euch die Nukleer Bombe geben. Bitte gib uns die Nukleer Bombe. Die hast du schon nicht. Das ist ja malig. Hey, wie geht's? Komm auf, sweet baby! Booyah! Sockin' oh yeah! Oh yeah! Badoosh! Oh, das ist das. Allszeit, Getsch Demo von gezockt, war ganz okay. Ja, das war ja sozusagen nur anscheinend ein Werbespiel, aber ich finde es super. Ja, ja, Demo von PC habe ich auch schon gezockt von Bulletstorm. War ganz lustig. Och, schade, das war es jetzt schon mit Duty Calls. Ja, das war ja jetzt ein langes Let's Play. 7 Minuten und 9 Sekunden. Äh, ja. Danke fürs Zugucken. Ich glaube, ich mache das hier jetzt echt als Playlist mit einem Video. Den Spaß mache ich mir. Egal, es war was Schönes, aber es ist eigentlich ein schönes Werbespielchen. Ich werde den Link in die Beschreibung packen. Kann man sich kostenlos bei Chip runterladen, ist 700 MB groß. I am also an enemy. Ja, das ist, das ist köstlich. Das ist wirklich köstlich. Jo, ich würde sagen, sehen wir uns bei den anderen Projekten. Hoffen, das nächste wird länger als dieses. Tschüss. Ich würde gerne etwas tun. Ich würde mal anbiren. So, ich würde das sagen.